Man fährt gern aufs Land, um abzuschalten oder wie man sagt, Stimmungen einzufangen. Wie Menschen auf dem Land wirklich leben und welche Zukunft sie haben, interessiert kaum. An der Uni Freiburg ist genau dies untersucht worden, mit Fokus auf die Frauen. Warum es Frauen sind, liegt aber nicht daran, weil sie auskunftsfreudiger wären als Männer, meint der Leiter der Studie, Heiner Schanz. Nein, das hat einen ganz anderen Grund. Es gab eine Studie 2017 im Auftrag der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Die Schlussfolgerung war, dass eines der Phänomene, die am wenigsten untersucht sind in Deutschland, empirisch, qualitativ und quantitativ Frauen im ländlichen Raum sind. Man weiß einfach nichts über die Frauen im ländlichen Raum. Es ist wie ein Terra incognita, obwohl sie doch mindestens 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen. In der Online-Studie ging es um fast alles, was Frauen auf dem Land beschreiben kann. Wer mitmachen wollte, bekam einen Link zu den Fragen. Es ging uns um ein Gesamtbild der Lebens- und Arbeitssituation der Frauen im ländlichen Raum, beziehungsweise in der Landwirtschaft. Das heißt also sehr breit. Und entsprechend waren natürlich Fragen, Blöcke organisiert nach dem Schwerpunkt landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit, aber eben auch nicht-landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit, Familien- und Haushaltsmanagement, die Frage unternehmerisches Engagement, die Frage politisches Engagement und Freizeitaktivitäten, das heißt überhaupt der Zeiteinsatz, den Frauen im ländlichen Raum zeigen. Die Landfrauenorganisationen mit über 80.000 Mitgliedern waren eine treibende Kraft beim Zustandekommen der Studie. Rosa Karcher vertritt die Frauen in Südbaden. Sie erhofft sich eine größere Aufmerksamkeit der Politik. Wir erhoffen uns ganz fest von dieser Studie, dass wir einfach auch mal sehen, was sind denn die Leistungen der Bäuerinnen im ländlichen Raum, was sind die Leistungen der Frauen überhaupt im ländlichen Raum. Und wir möchten einfach auch mal belastbare Daten und Fakten bekommen, damit wir auch darauf aufbauen können und Frauen auch stärken können für die Zukunft. Ein Erfolg der Online-Befragung war, dass sich Frauen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen erreichen ließen. Repräsentativ im engen statistischen Sinn ist die Studie nicht. Aber sie vermittelt repräsentative Eindrücke vom Leben und Arbeiten in den landwirtschaftlichen Regionen Baden-Württembergs. Beeindruckend war zu sehen, wie stark die Frauen im ländlichen Raum zeitlich belastet sind. Vor allem sehr oft eben eine nicht-landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit obendrauf kommt, und zwar im Umfang von durchaus einer halben Stelle, was dann im Ergebnis dazu führt, dass man eher von einer Kombination aus Tätigkeiten sprechen müsste oder von Betriebsleiterinnen. Die klassische Vorstellung von einer Frau auf dem Hof als prägende Person im ländlichen Raum trifft nicht mehr zu. Die Studie stellt klar, die meisten Befragten machen ihre Arbeit auf dem Land leidenschaftlich gern. Und trotzdem sieht die Hälfte dieser Frauen ihre Betriebe mittelfristig gefährdet. Dabei geht es dann nicht um die finanziellen Aspekte direkt, sondern vor allem durch die Vielfalt an Regulierungen und die Regulierungsdichte, die als wesentlicher Grund für die Gefährdung angesehen wird. Und zum Zweiten, und das ist auch ein sehr interessantes Ergebnis der Studie, dass die öffentliche Wahrnehmung der Landwirtschaft ebenfalls als betriebsgefährdend angesehen wird, dass man also argumentiert und sagt, die Öffentlichkeit versteht die landwirtschaftlichen Betriebe nicht und unterstützt sie deshalb auch nicht. Gefragt ist jetzt die Politik. Die Studie legt nahe, den in der Landwirtschaft Tätigen mehr Spielraum zu geben und ihnen weniger Verwaltungsarbeit aufzubürden. Ganz wichtig ist, dass man die Ergebnisse, die wir jetzt für den Teil der Frauen haben, auch mit den Männern und der Perspektive der Männer vergleicht. Man darf nicht nur einen Teil der Bevölkerung im ländlichen Raum betrachten. Es scheint uns sehr, sehr wichtig zu sein, das zeigen die Ergebnisse, dass man die Dynamiken im ländlichen Raum umfassend versteht. Das heißt also wirklich Zusammenhänge erkennt und darstellt, wie sich der ländliche Raum entwickelt. Das mithilfe der Studie gewonnene Datenmaterial bildet den Ausgangspunkt für weitere Forschungen zu Governance-Fragen, einem Schwerpunkt von Umweltsozialwissenschaften und Geografie an der Uni Freiburg. Die Forschenden wollen noch mehr herausfinden über den ländlichen Raum mit dem Ziel, eine resiliente und nachhaltige Entwicklung möglich zu machen. Vielen Dank.